Oh, das war mein Handy, entschuldigung. Und ja, hab gedacht, ich mach auch mal so ein Quartalsupdate für euch, dass ihr mal wisst, wie viele Bücher hab ich aktuell gelesen, was waren meine Lieblingsbücher, was waren die schlechtesten Bücher und, 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 und. Und darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir einfach mal mit meiner Challenge. Ich mache ja dieses Jahr nur die Goodreads Challenge. Ich habe dort 100 Bücher wieder aufgeschrieben und ich bin sehr, sehr gut dabei. Ich hab jetzt nicht geguckt, wie viele Bücher es genau bis zum 31. März waren, aber es müssten so um die 36 gewesen sein. Ich stehe aktuell bei genau 40 Büchern, die ich dieses Jahr schon gelesen habe und das ist echt heftig viel. Das ist eine richtig, richtig, richtig krass große Menge. Und ich sehe, dass ich die 100 Bücher dieses Jahr eigentlich schaffen dürfte, wenn das so weitergeht. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich diese Challenge dieses Jahr wieder meistere, weil 100 Bücher im Jahr ist echt heftig viel, aber es gibt ja noch so, so viele Bücher mehr, die man lesen kann. Und ja, also meine Challenge, wie gesagt, aktueller Stand 40 von 100 gelesenen Büchern. Dann hatte ich es in meinem Bücherregal-Video letztens schon gesagt. Ich habe meine Bücher gezählt und ich habe mir meine Stände mal aufgeschrieben. Und zwar aktueller Stand heute, 8.04., wo ich dieses Video drehe, ist, dass ich 15 E-Books auf meinem Sub habe. Also 15 E-Books, die ich definitiv noch lesen möchte. Ich habe aktuell 98 Bücher, richtige Bücher, Bücher, die ich hier zu Hause habe, auf meinem Sub. Ich war Ende des Jahres bei 115 oder so. Also ich hatte die 100 auf jeden Fall hinter mir gelasen und ich bin froh, dass ich jetzt wieder unter 100 bin. Das heißt, ich muss jetzt ganz, ganz viel lesen, dass ich auch unter 100 bleibe, denn es ziehen diesen Monat noch 2, 3 Bücher bei mir ein. Und ja, ich möchte die 100 nicht wieder voll kriegen. Deswegen muss ich ganz, ganz viel lesen, dass ich unter den 100 bleibe. Das ist mein Ziel. Ich hatte mir eigentlich als Ziel vorgenommen, bis Ende des Jahres auf 50 runterzukommen. Da sehe ich eher noch schwarz im Moment, aber ich versuche mich jetzt erstmal unter den 100 zu halten. Was meine gelesenen Bücher betrifft, da wurde ich letztens auch gefragt, wie viele gelesenen Bücher ich eigentlich zu Hause habe. Ich habe aktuell 216 gelesene Bücher zu Hause. Ich habe ja letztes Jahr und Ende Anfang diesen Jahres Bücher aussortiert. Ich habe die Freunden gegeben, Arbeitskollegen verschenkt. Ich wollte die halt einfach nicht mehr haben. Und wie gesagt, bin jetzt bei einem aktuellen Stand von 216 Büchern. Wie gesagt, ungefähr 70, 80 habe ich aussortiert. Ansonsten bei den E-Books habe ich 40 gelesene E-Books. Und das zeigt schon den großen Unterschied, dass ich halt doch lieber zu einem richtigen Buch greife als zu E-Books. Denn wie gesagt, E-Books sind meine Stiefkinder. Die lese ich halt eher mal nur so im Notfall, so für unterwegs und so. Und ja, so. So viel soll es zu den Fakten aus Mal gewesen sein. Das ist so mein aktueller Stand, was die Zahlen betrifft. Dann habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal noch die 5 Top- und Flop-Bücher, die ich dieses Quartal so gelesen habe. Fangen wir mit den 5 Büchern an, die mir dieses Quartal am wenigsten gefallen haben. Ich sage jetzt nicht, dass sie von Grund auf schlecht sind, aber sie haben mir halt von allen Büchern, die ich gelesen habe, am wenigsten gefallen. Dann beginnen wir mit dem hier, Crossfire-Versuchung von Sylvia Day. Da schließe ich den zweiten Teil mit ein. Diese Bücher waren einfach nicht mein Fall. Zu viel Erotik, zu viel schlechte Vergangenheit. Und blööööö, und ne, es war einfach nicht mein Buch. Das ganze Angeschmachte und jede dritte Seite wurde sich da besprungen. Und die Story war wirklich nur Hintergrund. Ich mag Bücher nicht, wenn der Sex zu viel im Vordergrund steht und zu viel dieses Buch dominiert. Und ja, war halt einfach nicht mein Fall. Ich werde die Bücher wahrscheinlich auch nicht weiterlesen. Vielleicht irgendwann, wenn es mich mal packt, dass ich die mir mal von einer Kollegin ausleihe. Aber kaufen werde ich die mir definitiv nicht. Dann habe ich ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Freund. Und zwar ist das dieses hier, Verlorener Stern von Mona Silber. Ich hatte es mir immer auf die Wunschliste mitgepackt, weil ich hatte es bei dem Kanal von der lieben Niki gesehen. Der heißt jetzt ja Die Librellis. Und Lisa hatte das Buch dort vorgestellt und ich fand das Cover wirklich sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte im Ansatz auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Aber der Schreibstil war so gar nicht meins. Und ja, da waren einige merkwürdige Sachen in dieser Geschichte mit drin. Und die erotischen Szenen, die hier beschrieben worden sind, reden wir nicht weiter darüber. Ich verlinke euch gerne unten in die Infobox die Rezis zu jedem einzelnen Buch. Dann könnt ihr dort nochmal genauere Informationen zu diesem Buch nachgucken, wenn es euch interessiert. Ja, aber dieses Buch war mir einfach vom Schreibstil, von der Ausdrucksweise her einfach zu merkwürdig. Ich weiß noch, er drehte sich rum und küsste ihren Bauch. Und der Rest auch, wie das alles beschrieben wurde, war einfach... Nein, reden wir nicht weiter darüber. Es war einfach nicht mein Buch. Ja, dann habe ich ja die Kalendergirl-Reihe fertig gelesen. Ich halte jetzt mal den zweiten Teil in die Kamera. Ich meine aber eigentlich den dritten. Und den dritten habe ich gerade mit dem vierten zusammen verborgt an der Arbeitskollegin. Deswegen halte ich stellvertretend den zweiten Mal in die Kamera. Das Lesezeichen rutscht schon wieder raus, weil der zweite fast genauso schrecklich war wie der dritte. Und ja, Kalendergirl 2 und 3 war echt... Boah, Gott ey, diese Bücher, die waren so dämlich. Also, der dritte war noch schlimmer als der zweite. Der vierte ging dann wieder. Aber der dritte Teil, der triefte nur so von Klischee. Und da ist einfach zu viel passiert. Also, ich fand es ja auch generell sehr interessant, dass für jede Situation, die die Protagonistin gerade brauchte, der passende Kerl zur Stelle war. Aber, ja, also, da ist am Ende hier vom zweiten Buch passiert was Schlimmes mit ihr. Und ihr nächster Kunde im nächsten Monat ist so verständnisvoll. Und er ist so quasi ein kleiner Hobbypsychologe und hilft ihr dann aus dieser Situation wieder raus. Und alles ist gut. Und es war einfach zu viel. Wie gesagt, der dritte Teil war noch weitaus schlimmer als der zweite, was das betrifft. Boah, die Autorin hat echt alles in diesen dritten Teil gepackt. Von Sachen, die passieren können, die überhaupt nur passieren können. Und das war einfach zu viel. Das war einfach für mich Game Over. Boah, ich war da sowas von raus am Ende. Und als ich dann im letzten Monat noch gelesen habe, was da mit diesem einen Typen passiert ist, habe ich gedacht, ja hier, komm. Niemals. Niemals im Leben. So viele Zufälle kann es nicht geben, dass das der Protagonistin passiert. Niemals. Never, ever, never. No. Und das hat mich so aufgeregt. Und meine Arbeitskollegin hat auch gesagt, der dritte Teil war einfach nur grausam. Der vierte, wie gesagt, ging jetzt wieder. Aber der zweite und dritte Teil von Kalender Girl. Nope. Dann ein Buch, was mich auch leider sehr enttäuscht hat, ist, als ich dich suchte, von Lauren Oliver. Es war mein erstes Buch von Lauren Oliver. Ich habe die Armour-Trilogie noch hier von ihr. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Denn der Schreibsieber war an für sich okay von dem Buch. Aber diese Handlung, diese Handlung war einfach so... Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Die, die... Oh, nee, also... Ich habe dann irgendwann in diesem Buch gar nichts mehr verstanden. Und dann war klar, worauf das Ganze hinausläuft. Und dann war das Buch zu Ende, ohne dass da irgendwas erklärt wurde. Ohne dass bestimmte Szenen erklärt wurden, wie das überhaupt passiert sein kann. Und ja, dieses Buch war einfach zu unrund. Also, das sind an allen Enden und Ecken für mich Fragen offen geblieben, die dann im Endeffekt mit der Geschichte keinen Sinn ergeben haben. Ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Alles am Ende. Dieses Buch hat mich mit sehr vielen Fragen zurückgelassen. Und auch während des Lesens habe ich gedacht, hä? Was? Ihr Ernst jetzt? Und ja, schönes Cover. Aber die Geschichte für mich war nicht mein Fall. Es geht ja in diesem Buch um Nick und Dara. Und Nick und Dara sind Geschwisse. Sie sind auch so ziemlich gleich alt. Ich glaube, da war nur ein Jahr Altersunterschied da dazwischen. Und ja, hinten steht quasi auf dem Rückband schon die ganze Geschichte drauf. Weil das, was hinten drauf steht, passiert erst ganz, ganz am Ende der Geschichte. Super, ne? Und die Geschichte beginnt eigentlich mit Rückblenden. Also, man liest die ganze Zeit rückblenden, was passiert ist in der Vergangenheit. Und dann springt man wieder zum aktuellen Tag. Dann liest man wieder eine ganze Strecke rückblenden. Dann liest man wieder der aktuelle Tag, dann wieder rückblenden. Und das vermischt sich dann irgendwann. Und dann kommt halt raus, was da jetzt genau eigentlich passiert ist. Und das, wie gesagt, ist sehr, mhm, ja, nee. Und das letzte Buch, was ich rausgesucht habe, hat mich auch sehr enttäuscht. Obwohl ich sagen muss, dass bei dem Buch die Story echt gut war. Und dass ich auch die Charaktere wirklich mochte. Aber hier hat das Ganze drum und dran nicht gepasst. Also hier hat weder das Worldbuilding gepasst, noch die Charakterbeschreibung, noch irgendwas anderes. Ich habe dieses Buch gelesen und das war wie ein grauer Film vor meinem Kopf. Ich habe mir diese Welten nicht vorstellen können. Ich habe mir die Charaktere nicht vorstellen können. Ich habe mir da einfach gar nichts vorstellen können. Und zwar rede ich von Rat der Neuen von Veronica Roth. Ich habe mich ja bei der Bestimmung schon gefragt, was mit dem Schreibtalent dieser Frau passiert ist. Denn der erste Teil der Bestimmung war so unglaublich gut. Der hat mir so gut gefallen. Und dann kam der zweite Teil, der war dann schon etwas schwächer. Und dann kam der dritte. Und ich habe gedacht, das wurde von wem ganz anders geschrieben. Und ja, auch bei Rat der Neuen konnte mich das Ganze leider nicht überzeugen. Denn die Autorin hat es nicht geschafft in dieser Science-Fiction-Geschichte, wo ein Worldbuilding das A und O ist. Das A und O. Eine Welt zu beschreiben. Ich habe... Das hat mich so aufgeregt. Und zwar leben hier unsere zwei Charaktere in diesem Buch. Jetzt muss ich nochmal kurz nachlesen. Sie hießen Kyra und Arkos. Leben auf dem gleichen Planeten, aber in unterschiedlichen Stämmen. Und ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Planet ist, wie weit die voneinander entfernt leben. Wie die Klamotten aussehen, wie die Transportmittel aussehen, wie die Charaktere aussehen, wie das Weltall so beschaffen ist, was da alles so noch drumrum beschrieben wird. Wie die anderen Planeten aussehen. Das konnte man sich ja einfach nicht vorstellen. Es war einfach nichts da, wo man sich hätte langhangeln können, was die Geschichte für mich dann halt auch wirklich sehr unglaubwürdig gemacht hat. Und zwar sehr unwirklich. Und... Ich habe ja dieses Jahr noch ein anderes Buch gelesen aus dem Science-Fiction-Genre. Und da war einfach alles perfekt. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht so, boah, nee. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie gesagt, die Charaktere haben mir gut gefallen. Ich mochte die Protagonistin. Ich fand auch Arkos ganz, ganz toll. Aber ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Also ich weiß nicht, wie die Klamotten aussehen. Ich weiß nicht, wie die Gebäude aussehen. Ich weiß immer nicht, wie die ganze Welt aussieht. Und das hat dieses Buch für mich leider komplett zerstört. Ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten Teil lesen werde. Ich schätze im Moment schon. Denn wie gesagt, die Storyline an für sich und auch die Charaktere haben mir ganz gut gefallen. Und es ist ja auch nur eine Ideologie. Also denke ich mal, dass ich den zweiten Teil dann schon lesen werde, wenn er rauskommt. Aber dieses Buch hat mich leider wirklich sehr, sehr enttäuscht. Das war der deprimierende Teil. Kommen wir jetzt zu meinen fünf Top-Büchern für dieses erste Quartal. Und das sind wirklich Bücher, die mir auf unterschiedliche Weise wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Und zwar fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Und zwar halte ich hier die Kamera This New World von Laura Newman. Viele werden sich jetzt sagen, hm, hat die nicht in ihrer Buchvorstellung gesagt, dass der Anfang ihr nicht gefallen hat? Dass da die Geschichte nicht so spannend war? Dass das alles irgendwie nicht so hundertprozentig gepasst hat? Ja, habe ich gesagt. Aber ich finde den Ansatz der Geschichte ganz, ganz toll. Ich fand die Charakterentwicklung von der Protagonistin in diesem Buch ganz, ganz toll. Ich finde die Nebencharaktere ganz, ganz toll, die Laura da geschaffen hat. Und ja, ich fand das Ganze drum und dran. Dann halt nach diesem Anfang, nach diesem Zeitsprung, den wir hier in dieser Geschichte machen, einfach wirklich ganz, ganz toll. Und es hatte für mich viele, viele schöne Momente, dieses Buch. Und gerade das Ende hat für mich alles auch nochmal rausgerissen, was da passiert ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich dann schon, This New World, den zweiten Teil von Laura, zu lesen. Der wahrscheinlich Ende des Jahres erscheint. Ich hoffe es, dass Laura es schafft, dieses Buch bis Ende des Jahres fertig zu schreiben und rauszubringen. Denn ich möchte verdammt nochmal wissen, was hier dann im zweiten Teil passiert. Ich habe schon so eine Ahnung, was die Charaktere noch betrifft. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Es ist quasi eine apokalyptische Welt. Also wir befinden uns mitten quasi im Weltuntergang. Na jetzt nicht so direkt, aber so. Es bröckelt so ein bisschen, sag ich mal, in der Welt, was das alles betrifft. Und ja, dann passieren hier noch einige merkwürdige Sachen mit den Menschen in dieser Welt. Und ja, fand ich sehr, sehr cool. Also der Ansatz hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und deswegen, ich habe dieses Buch echt wahnsinnig schnell auch gelesen. Ich fand es ganz, ganz toll. Lauras Schreibstil hat mich wieder 100% überzeugt. Und ich liebe Laura ihre Bücher einfach. Und deswegen war es definitiv eins von meinen Top 5 Büchern im ersten Quartal. Was habe ich noch gelesen? Und zwar habe ich gelesen im März Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Und auch dieses Buch war einfach der Wahnsinn. Es war so gut. Es geht ja in diesem Buch quasi um eine Liebesgeschichte. Und wir haben zwei quasi gebeutelte Charaktere, die eine ganz, ganz schlimme Vorgeschichte haben. Eine ganz, ganz schlimme Vergangenheit haben. Und dann aufgrund Verkettung von Ereignissen immer wieder aufeinandertreffen. Und dann am Ende ist es schaffen, sich gegenseitig zurück ins Leben zu holen. Und ja, dann doch noch mit einigen Problemen zu kämpfen und zu haben. Und das Ende war so unglaublich gut. Weil da sind so viele Sachen noch passiert, mit denen ich absolut nicht gerechnet hätte. Und die Auflösung dann zum Ende hin war so, oh mein Gott, was? Wie krank ist das denn bitte? Und ja, dieses Buch hat mich 100% überzeugt. Es war eine der besten Liebesgeschichten mit so einem erotischen Touch, die ich echt je gelesen habe. Ich habe echt Tränen in den Augen gehabt bei dem Buch. Ich habe wahnsinnig viel gelacht bei dem Buch. Diese eine Szene, die war so gut. Also da hat die Protagonistin geträumt. Und was sie da geträumt hat, war einfach so witzig. Und ja, ich kann dir dieses Buch wirklich empfehlen. Und ich finde auch das Cover richtig cool. Es ist endlich mal ein Kerl vorn auf dem Cover, der was anhat. Und der nicht lasziv in die Kamera schaut. Ja, finde ich wirklich richtig cool. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Es ist ganz, ganz toll. Dann habe ich noch gelesen den zweiten Teil von Angel Fall, Tage der Dunkelheit. Mir hat eine Abonnentin ja unter meinem Video kommentiert, dass die Storyline vom zweiten fast genauso ist wie die vom ersten. Und ja, so rückblickend betrachtend hat sie recht. Das ist mir aber in dem Buch beim Lesen absolut nicht aufgefallen. Und das spricht für das Buch. Also ich mochte den zweiten Teil wieder total. Ich fand das so heftig, was da rausgekommen ist alles, was mit der Schwester der Protagonistin passiert ist. Auch gerade zum Ende hin, wie die Engel eigentlich alle so ticken und wie die alle so drauf sind. Und das Ende, es war so gut. Ich habe echt gedacht, boah, das läuft jetzt garantiert da drauf hinaus, dass das so und so endet. Und ich weiß noch, ich habe Sina noch eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, gib es zu, das endet jetzt so und so. Und Sina nur so, lies einfach weiter, dann wirst du es erfahren. Und es war ganz anders vom Ende her, wie ich es erwartet habe und wie ich es mir ausgemalt habe. Und das hat mich einfach nochmal so überrascht. Und ja, Angel Fall, wie gesagt, Tage der Dunkelheit gehört für mich definitiv zu den Top 5 Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Der erste Teil hat mich umgehauen. Der zweite Teil auch. Ich habe den so gefeiert. Ich feiere auch immer noch diese beiden Bücher. Ich feiere Penryn als Protagonistin. Die ist einfach so kickass, die Frau. Und ganz, ganz toll. Und Raffe ist toll. Und Paige ist toll. Und die kloppte Mutter ist toll. Also Susan E. hat hier wirklich ganz, ganz tolle Charaktere erschaffen. Glaubwürdige Charaktere. Und das alles in so eine postapokalyptische Szenerie zu packen mit bösen Engeln, ist einfach nur mega. Und wie gesagt, ich feiere diese Bücher total und kann euch diese Reihe quasi wirklich nur empfehlen. Und ich freue mich schon so auf den dritten Teil. Und ich bete, dass der nächstes Jahr kommt. Ich bete dafür. Der Verlag hat bestätigt, dass er rauskommt. Und hat auch gesagt, vermutlich nächstes Jahr. Also Daumen drücken, dass er kommt. Und yay! Ich freue mich schon so drauf. Das Buch ist so gut. Dann habe ich mir noch ein Buch von einer deutschen Autorin rausgesucht. Und zwar Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Dieses Buch hat einfach durch seine schönen Momente bei mir überzeugen können. In dem Buch ist es ja so, dass wir zwei Charaktere haben, die durch einen sehr, sehr unglücklichen Zustand zueinander finden und zusammen eine Reise machen müssen. Und sich auf diese Reise verändern und entwickeln und wirklich wahnsinnig schöne Orte besuchen. Und das war einfach so von der Grundstimmung her in dem Buch so ein schönes Gefühl und so ein schönes Feeling beim Lesen, dass ich mir immer gedacht habe, oh ja, ich möchte auch dorthin. Ich möchte die Reise gern mit euch machen. Ich möchte das alles mit euch erleben. Und das hat dieses Buch für mich so rund gemacht und so perfekt gemacht. Und ja, es war einfach wahnsinnig schön, das Buch zu lesen. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich mochte den Schreibstil von der Autorin total. Und es war einfach eine wunderschöne Geschichte über das Leben und die Liebe. Und wie das Schicksal halt manchmal auch einfach so spielt. Und ja, es war ganz, ganz toll. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Also richtig, richtig gut. Also, wer mal Lust auf eine ganz, ganz tolle Geschichte hat, wo es halt um das Thema Reisen geht und Entwicklung und Veränderungen und das Leben und die Liebe, dann solltet ihr euch mir fliegen, wenn wir fallen, auf jeden Fall mal mit angucken. War ganz, ganz toll. Richtig gut. Top. Kann ich nichts anderes sagen. Mega, mega gut. Und das letzte Buch für dieses Video ist ein Buch, was mich wahnsinnig überrascht hat. Wo ich zu Beginn auch mit dem Worldbuilding so meine Schwierigkeiten hatte. Aber, wo ich das dann einmal im Kopf hatte und wusste, wie das alles aussieht, hat die Geschichte mich einfach nur noch in ihren Bann gezogen. Und zwar rede ich von Diabolik, vom Zorn geküsst von S.J. Kincaid. Dieses Buch ist schon so mein Jahreshighlight bisher, würde ich sagen. Also, ich fand die Geschichte einfach nur toll. Ich fand die Protagonistin toll. Und dieses Buch reflektiert wie so in der Kamera. Auf jeden Fall, diese Geschichte war einfach mega. Also, die war rundum perfekt für mich. Die Charakterentwicklung war der Hammer von der Protagonistin. Wie die sich verändert hat. Und das nicht nur äußerlich, sondern vom Grund auf war einfach wahnsinnig toll zu lesen. Die Plottwists, die in diesem Buch drin sind, die sind einfach nur der Hammer. Also, da sind Wendungen drin, die man kommen sieht teilweise und teilweise einfach total überraschend sind. Und die Brutalität, die hier so an zwei, drei Stellen in diesem Buch durchkommt, damit habe ich auch absolut nicht gerechnet. Da habe ich auch echt nur gedacht, wow, krasser Scheiß. Und ja, wie sich das dann am Ende alles so fügt und wie das dann am Ende alles so ineinander greift, das war einfach wahnsinnig toll zu lesen. Und ich finde, Diabolik könnte als Einzelband wirklich sehr, sehr gut stehen bleiben. Aber es soll wohl eine Reihe werden. Also, bin ich gespannt, was da jetzt hier noch kommt. Und ja, Nemesis als Protagonistin in diesem Buch. Ich feiere diese Frau auch total. Nemesis ist eine Diabolik. Und Diabolik sind künstlich geschaffene Wesen. Sie sind Tötungsmaschinen quasi. Und sie sind quasi Kreaturen ohne Seele und ohne eigenen Verstand und werden halt auf eine bestimmte Person geprägt. Das ist dann quasi ihr Lebensinhalt, diese eine Person. Und die Diaboliks leben nur für diese Person. Und Nemesis wird quasi von ihrer Besitzerin getrennt aufgrund Verkettung von Ereignissen, die jetzt schon gleich am Anfang passieren. Und muss sich dann in einer Welt zurechtfinden ohne Lebensinhalt und weiß nicht so recht, was sie tun soll. Und ja, wie sie sich dann entwickelt, das ist der Oberhammer. Wirklich, das ist richtig, richtig genial. Und ich liebe dieses Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf eine Science-Fiction-Geschichte habt. Es ist ein Jugendbuch. Ich finde es mega, ganz, ganz toll. Wie gesagt, ist bisher echt mein Jahreshighlight dieses Buch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen und es reflektiert immer noch. Das waren meine Tops und Flops für dieses Jahr. Ansonsten kann ich nur sagen, dass alles, was das Lesen betrifft, ist im ersten Quartal wirklich richtig gut lief bei mir. Ich habe wahnsinnig viele tolle Bücher gelesen. Ich hatte zwei, drei Bücher, die mir echt nicht gefallen haben, die auch definitiv wieder ausziehen werden bei mir. Ansonsten kann ich nur sagen, dass das erste Quartal wieder ein gutes Quartal war. Also es ist a, wahnsinnig schnell rumgegangen, finde ich. Und ich finde auch, dass der Abriss schon wieder nur so rast. Also es ist krass, wie dieses Jahr schon im Allgemeinen wieder rumgeht. Ja, aber ansonsten fand ich das erste Quartal dieses Jahr richtig gut. Also jetzt nicht nur, was das Lesen betrifft. Es war bisher alles ganz entspannt bei mir. Ich war ja auf der Buchmesse in Leipzig, zwar nur für einen Tag, aber das hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Leute getroffen, die ich wieder treffen wollte. Und auch wenn ich nicht viel Zeit für die Leute hatte, war es trotzdem schön, sie zu sehen und kurz mit ihnen zu plaudern. Ich habe Autoren getroffen, die ich wollte. Ich habe mir meine Bücher alle signieren lassen, die ich wollte. Und ja, es war einfach ein rundum schöner, perfekter Tag. Auch wenn es immer alles etwas anstrengend ist, wenn man an einem Tag hin und her fährt. Aber ja, es war einfach ganz, ganz toll. Und ich freue mich jetzt so auf die Buchmesse in Frankfurt. Ihr glaubt es gar nicht, wie ich mich auf diese Buchmesse freue. Jetzt muss man nur noch ein Hotelzimmer kriegen, ne? Ansonsten schlafe ich im Auto. Aber Jennifer Lamontrott kommt und das lasse ich mir nicht entgehen. So, Punkt. Ansonsten kann ich zum ersten Quartal nichts weiter sagen. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.